gleich Tochter schwanger mit 16 Ist der Lukas dein Freund etwa der Vater? Mama! Der neuen Freund streitet die Vaterschaft ab Du bist wie die Verorderte mit ihr zu wangen Ich hatte nicht einmal Sex mit dir gehabt Sie ruft die Polizei wegen eines schrecklichen Verdachts Jetzt habe ich so ein bisschen ein ungutes Gefühl, ob meine Tochter vielleicht vergewaltigt worden ist Betrugsfälle gleich